Es gibt da so eine Sache, die dich unglaublich schwach macht und die du unbedingt in den Griff bekommen musst. Und ich sage dir, als ich diese Sache in den Griff bekommen habe, habe ich gemerkt, dass mein Leben einfach um ein Vielfaches besser geworden ist. Wirklich, um ein Vielfaches. Zehnmal, zwanzigmal, hundertmal besser als vorher. Und das ist eine Sache, die extrem viele Menschen da draußen sehr zu schaffen macht. Du weißt, wovon ich rede. Wenn du abends manchmal im Bett liegst und dich schlecht fühlst, unwohl fühlst, und dich fragst, ergibt das alles hier überhaupt einen Sinn, dieses Leben? Was mache ich hier eigentlich? Sollte es wirklich so laufen? Warum tue ich mir diesen ganzen Stress an? Wieso diese ständigen Kopfschmerzen? Es lohnt sich doch gar nicht, so zu leben. Das ist einfach nur nervig. All diese Sachen. Wenn dich das belastet, wenn du emotional belastet bist oftmals und dich fragst, warum führe ich eigentlich so ein Leben und habe nicht endlich Ruhe, Stille, Zufriedenheit in mir. Relaxtheit. Okay, Entspanntheit. Da weißt du, wovon ich rede. Ich rede von Emotionen. Emotionen, starke Emotionen, die dich fertig machen. Und was die meisten machen, ist gleich zu glauben, dass sie kaputt sind oder Sonstiges. Aber du musst einfach folgende Sache begreifen. Ein Meer ist auch nicht kaputt, was stürmisch ist. Ein Meer, was stürmisch ist, ist ja auch nicht kaputt. Und du musst auch folgende Sache begreifen. Dein Denken, deine Gedanken sind wie Wolken. Deine Emotionen sind wie das Meer. Sind deine Gedanken extrem unruhig, wird es anfangen zu regnen, zu stürmen, Blitze zu geben. Aber was glaubst du, wird mit dem Meer passieren? Das Meer wird plötzlich unruhig werden. Es wird sehr viel Wellen geben, die alles hin- und herschwemmen werden. Okay? Und das ist ein großes Problem, wenn du ein Mann bist. Wenn du eine Frau bist, kommst du sehr viel besser mit Emotionen. Klar, weil du ein emotionales Wesen bist. Aber als Mann ist das ein großes Problem, weil man sich nicht auf dich verlassen kann. Wenn du beispielsweise zu Hause bist, jemand bricht dir in dieses verdammte Zuhause ein und du hast Angst, dann ist das nicht der richtige Moment, um sich hinzusetzen und loszulassen von Emotionen, okay? Oder reinzufühlen oder sich zu eröffnen und zu sagen, Baby, hör zu, ich weiß, da bricht jetzt jemand ein, aber ich muss dir sagen, dass ich einfach Angst habe. Ich habe einfach Angst und ich will das einfach mit dir teilen. Sondern das ist der Moment, um da runter zu gehen. Und den Typen auf jeden Fall, ja, ist es nicht der Moment, um emotional zu werden. Und wenn du ein Mann bist, dann geht es nicht darum, was dir dein Gefühl sagt. Weil das ist so ein krasser Trend geworden heutzutage. Zu sagen, ja, ich fühle mich aber einfach nicht danach. Hör mir zu, Mann. Der Grund, warum die meisten Beziehungen scheitern, ja, warum die meisten Geschäfte scheitern, warum die meisten alles scheitert, ja, sind Gefühle. Weil wenn du dich nicht so fühlst, ja, wenn du dich nicht so fühlst, okay, obwohl du was erledigen musst und es nicht zu Ende bringst, dann hast du einfach nur Scheiße gebaut, Mann. Weil wenn du beispielsweise sagst, okay, es ist Zeit, eine Familie zu gründen, ja, die meisten, die heutzutage in eine Beziehung gehen, gehen nicht mit einem Ziel dorthin. Ja, die meisten, die in eine Beziehung wollen, die gehen nicht mit einem Ziel dorthin. Die sagen nicht, hm, ich will mit dir zusammen sein, um eine Familie zu gründen, um etwas aufzubauen. Deswegen, die und die Strapazen könnten auf uns zukommen, die Herausforderungen könnte es geben, hm, okay, alles klar, bist du die richtige Person dafür? Ich weiß nicht genau, ich muss mal gucken. Die meisten gehen nicht in Beziehungen mit einem Ziel. Okay, sie haben schon ein Ziel, aber das Ziel ist eher vom Schmerz weglaufen, als zu etwas hinarbeiten. Das Ziel ist eher weg vom Schmerz. Und dieser Schmerz ist, ich will nicht alleine sein. Und sie glauben, dass, was dieses, ich will nicht alleine sein, endlich gerade biegen kann, ist glücklich zu sein. Ich will glücklich sein. Ich will einfach nur glücklich sein. Ich will in meinem Leben immer nur glücklich sein. Hier ist eine wichtige Message, Mann. Im Leben geht es nicht nur darum, glücklich zu sein. Es geht nicht nur darum, glücklich zu sein. Es geht auch darum, das zu tun, was richtig ist. Und was recht ist. Und was Sinn ergibt. Und was dich voranbringt. Darum geht es auch. Weil wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht darum kümmerst, und dich immer nur darauf konzentrierst, das zu machen, wonach du dich fühlst, dann würdest du nicht in einem Haus sitzen, mit einem Tisch, mit einem Mikrofon, mit einem Laptop und all diese Zeugnis. All das wäre nicht erbaut worden. All das gäbe es einfach nicht. Wenn wir immer nur das tun würden, wonach wir uns jetzt gerade fühlen. Wir haben aber uns entschieden, nicht nur das zu tun, wonach wir uns fühlen, sondern einfach durchzuziehen und Gas zu geben und zu machen. Heißt nicht, dass du dich immer miserabisch fühlen musst. Schlecht fühlen musst. Aber beim Training, wenn du beim Training bist, fühlst du dich ja jetzt auch nicht mega geil und sagst, oh ja, das ist es, oh ja, geil, das tut richtig schwer, aber das ist geil, das ist nice. Okay. Außer manche, die feiern das. Danach fühlst du dich gut, okay. Danach fühlst du dich gut, wenn du das gemacht hast. Und das ist der Punkt. Das verstehen viele nicht. Wenn du das tust, was du tun willst, wirst du dich automatisch danach gut fühlen. Aber wenn du danach strebst, dich gut zu fühlen, wirst du dich automatisch schlecht fühlen. Weil, wenn du mal das Buch gelesen hast, die subtile Kunst des Draufscheißens, wenn du dieses Buch von Mark Manson mal gelesen hast, wirst du sehen, dass er dort geschrieben hat, derjenige, der nach Glück sucht oder es haben will, sagt dir automatisch, dass er unglücklich ist. Okay. Das bedeutet also, wenn du auf der Suche nach Glück bist, dich immer nur gut fühlen willst, toll fühlen willst, dann bist du automatisch ein unglücklicher Mensch. Wenn du aber bereit bist, in den Schatten zu gehen, dann wirst du dort Licht finden. Und es gibt diesen Spruch, jeder will ins Paradies, aber niemand ist bereit zu sterben. Niemand ist bereit, durch die Hölle zu gehen. Aber diejenigen, die es sind, erhalten das Paradies. Das bedeutet also, es ist unglaublich wichtig zu erkennen, dass deine Emotionen nicht nur davon abhalten werden, die Dinge zu erreichen, die du machen willst, die du erreichen willst. Und solange du glaubst, dass es nicht so ist, und du sagst, ey, aber Isa, ich sollte doch auf meine Gefühle hören. Alle sagen das. Das, was alle sagen, ist Bullshit, Mann. Hör nicht auf den verdammten Mainstream. Das ist Brainwash, sein Vater. Okay? Hey, hör nicht auf den verdammten Mainstream an. Wenn du anfängst, nur auf deine Emotionen zu hören, wirst du wie dieser Mann sein, der vor einer Bucht steht und sagt, das ist das, was ich erreichen will. Da will ich hin. Er sieht das ruhige Gewässer. Es ist ruhig. Okay? Alles, was er tun muss, ist, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Das sind die Schritte, die du dir vornimmst in deinem Leben. Und alles, was du tun musst, ist, nur einen Schritt vor den anderen zu setzen. Einen Schritt vor den anderen. Und jedes Mal, wenn du das tust, wird es vielleicht ein paar Wellen geben. Okay? Aber es wird keinen Sturm geben. Und du setzt einen Schritt nach dem anderen, bis du dort bist. Und jedes Mal, wenn du einen Schritt setzt, wirst du selbstbewusster, selbstbewusster und selbstbewusster. Wie Mike Tyson gesagt hat, bei jedem Schritt, den er macht, fühlt er sich immer stärker und stärker und stärker. Und sobald er im Ring ist, fühlt er sich wie ein König, übermächtig. Er fühlt sich, als wäre er zu Hause angekommen. So fühlt er sich an, als würdest du immer stärker und stärker und stärker werden. Aber, was dieser Mann dort macht, was die meisten Männer dort machen, ist dann Emotionen reinzubringen. Wellen reinzubringen. Okay? Und sie fangen an, über alles nachzudenken, anstatt einfach die Schritte zu gehen. Darüber nachzudenken, ist das richtig, was ich tue, oder ist das nicht richtig? Sollte ich das jetzt tun, oder soll ich das jetzt nicht tun? Sollte ich jetzt vielleicht doch zurückgehen? Sollte ich dieses, jenes? Mach deine verdammten Schritte. Mach sie einfach. Triff Entscheidungen und folge deinen verdammten Schritten, die du dir vorgenommen hast. Mache das, was du dir vorgenommen hast. Anstatt darüber nachzudenken die ganze Zeit oder emotional darüber zu werden. Weil wenn du sagst, ja, ich fühle mich aber gerade nicht so, ist es eine Welle, die von links und von rechts kommt und dich wegtreibt. Und schon bist du wieder weg und fragst dich, wieso ziehe ich eigentlich nie irgendwas durch, was ich machen will? Und das ist eben der Punkt. Der Mann, der durch diese Gewässer geht, fängt an nachzudenken. Er fängt an, diese Wolken aufzubauen. Und dann fängt der Regen an. Und dann fangen die Blitze an. Dann fängt der Donner an. Und dann fängt das Gewässer an, unruhig zu werden. Weil zu viel Wind da ist und all das. Und was geschieht nun mit dem Mann? Er weiß nicht mehr, wo er hin soll. Er ist verloren. In den Wellen. In den Emotionen. In dem Gewässer. Das bedeutet also, du musst verdammt nochmal dafür sorgen, dass du ruhiges Gewässer hast. Und wenn Wellen kommen, die auch in deinem Leben kommen werden, musst du wie ein Fels sein. So hart wie ein verdammter Fels. Standhaft sein. Dort stehen, ohne dich verschieben zu lassen. Und das ist das, worum es geht. Und wenn du das tust, wirst du merken, dass du durch diesen maskulinen Weg, diesen stoischen, starken, überlegenen Weg, deine Ziele kommen wirst. Und dass dir das wahre Erfüllung geben wird. Wenn du in die Dunkelheit schaust, findest du dort Licht. Wenn du jedoch ins Licht schauen willst unbedingt, wirst du dort Dunkelheit finden, weil es dich blenden wird. Weil es dich blind macht. Okay? Das ist eben der Punkt. Deswegen, sorge dafür, dass du dir im Klaren darüber wirst, was du wirklich im Leben haben willst, wie du in die Umsetzung gehst und gehe strikt in die Umsetzung. Und wenn du das Ganze machen willst, wenn du herausfinden willst, was dich wirklich antreibt im Leben, was du dir wirklich wünschst, um ein selbstbewusster, anziehender, charismatischer, überzeugender, authentischer Mann zu werden, der weiß, wer er selbst ist und nur noch Menschen in sein Leben lässt, die wirklich zu ihm passen, dann bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es Fragen geben soll zu dem Ganzen, stelle sie gerne unten in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn ich ein Video zu machen kann. Und sonst, danke für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich von ganzem Herzen, dich bei den nächsten Videos wiederzusehen. Schön, dass du hier bist. Let's go, gentlemen. Action. My issues With you With you With you With you With you With you With you